Erstmal Munition. Ganz wichtig, Munition. Yes. Und dann können wir die neue Heli schon klar machen. Ich glaube nicht. Nee, noch nicht. Aber gut, wir nehmen Ideen. Kostet nämlich nichts. Okay, can do. Spritztour? Nee, doch nicht. Okay, Spritztour. Really? Okay, wir gehen erstmal in seinen Bunker und knallen alle ab, die uns, die ich uns nochmal in den Weg stelle. Man weiß es nicht. Gut. Ich glaube, das mit den Schaltplatten hat sich dann jetzt auch erübrigt. Gerade mal gucken. Neue Vorteilspunkte, aber nicht genug. Schallplatten. Nee, doch nicht. Guck mal. Zählt noch. Gut, das heißt, wir kommen bestimmt auch wieder rein. Oh, jetzt folge ich dieser Quest. Das wollte ich gar nicht. Story Missions. Story Mission. Äh, reiche Jacobs-Bunker. Genau. Gut. Gut, die. Fehlt nur noch einer von den Gesichtern. Und zwar The Father. Den. Smaschen wir auch bald um. Was zum Henker. All righty. Peaks-Opfer. Mhm. Heißt also, wir müssen den Bunker auf jeden zerstören. So wie es aussieht. Wahrscheinlich auch infiltrieren. Da sind bestimmt noch... Ich hab gehupt. Da sind bestimmt noch Leute drin. Eigentlich wollte ich schon wieder ein Stückchen absinken, aber nein. Wo ist denn der Bunker? Das ist ja am Arsch der Welt, oder? Ja. Bei Crystal Lake quasi. Sozusagen. Was zum Heck? Super ausgeglichen. Oh Mann, was ist scheiß. Staudamm. Ja doch. The Brett. Komm mal her, ich stehle halte. Ich stehle halte. And go down. Komm. Ach. Oh crap. Okay. Gut. Hier draußen ist schon mal keiner. Das wundert mich allerdings. Bim. Jetzt aber. Obwohl, irgendwer hat mich jetzt gerade gesehen. Ja, da oben. Ich glaub, das hat sich ja übrigt. Wo ist der Rest? Da. Noch jemand. Okay. Yes. Aus die Maus, bitch. Also, das war keine Armee, die sich hier uns entgegengestellt hat. Hey. Okay. Komm. Das nächste Komponente. Aber ich bin jetzt. Hier wurde für einen sehr besonderen Zweck auserkoren. Einen sehr... Ja, Blackjack und Nutten. Okay, rein da. Wir sind die Erschaffer des neuen Egen. Wir sind die Träger des Projekts. Und dann kümmern wir uns noch um diesen Bunker. Das müsste ja eigentlich so ziemlich der Letzte sein. Vorletzte. Ich weiß ja nicht, wie der Vater da lebt. Aber der ist bestimmt auch im Bunker. Geh ich mal stark von aus. Oh. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Ja, er schafft es schon. Keine Angst. Ach, jetzt ist gerade bewegt der Sack. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nein! Ja, so sieht es aus. Geh leise oder langsam. Äh, schneller! Das ist die Überwachungskamera. Durch. Sneaken. Messehalle. Okay. Hey. Hey, ist so ein Agro-Typ. Wo ist denn? Keiser. Ich hätte mir Erste-Hilfe-Packs kaufen sollen. Hä? Ich dachte, er wäre tot. Jetzt ist er definitiv tot. Okay, ich soll vielleicht doch direkt zum Kontrollraum durchlatschen. Ah, hier kam ich rein. Okay, hätte ich vielleicht sogar abkürzen können, so wie es aussieht. Damn. Na, keiner mehr da. Gibt es doch gar nicht. Das gebe ich doch gar nicht. Anscheinend doch. Aber nicht. Oh, lecker Fleisch. Fleisch. Na dann. Äh. Wupp. Hier noch ein paar Dinger bauen, weil wir es können. Oh. First Aid. Sammle Fleisch. Alter, jetzt komme ich wieder an. Vater. Vater. Nothing, hä? Sieht. Hm. Hm. Ich muss niesen. Ah. Hm. Ah, okay. Schön unterdrückt. Leila, guten. Alter, alter. Warship. Boom, bitch. Wollte ich schon mal gesagt haben. Keiner da. Gut. Geht's da rein? Nee, ne? Nee, leider nicht. Schade. Ich muss der nicht niesen, aber danke. Storage Room. Da geht's rein, hä? Nein. Fuck. Oh, Kontrollraum. Erstmal gucken. Oh, er. Oh, no. Wo ist er? Das ist der Schlimmste, was man jemals sein kann. Gute alte Storage Room. Ruhm. Na, du. Hopfer. Was? Was hat er denn da gerade gemacht? Was für ein Bobby, äh. Was für ein Bobby. Ist er durch? Noch nicht. Yes, yes, ja. Das hat er nicht kommen sehen. Nicht wirklich, offensichtlich. Wow. Ach, du Scheiße. Noch weiter unten. Na, ich freu mich. Du kommst mich holen. Okay. Can do. Oder so. Was ist das denn? Heisenberg. Indeed. Das hast du noch gut erkannt. Die letzten fünf Sekunden, die du noch zu leben hattest. Ich bin tot. Oh, nice. Hey, first aid. Gut, was das Glück haben wir, okay, first aid gekauft. Wir haben ja genug, anscheinend. Na klar. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Er sagte, ich sei schwach. Das würde mich nicht. Dass ich es verdiene. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nicht ich. Vielleicht. Vielleicht. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Okay. Ja, wirklich. Alles klar bei dir. Oh, yeah. Sie machten mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. Also ein bisschen duschen ist er ja schon gerade. Aber gut, let's go. So, go, go. Whoa. Oh, dag ist lang. Na gut. The fuck. Boom. In your face. What the heck. Die, bitch. Was? Was? Blündern. Ja, ja, komm. Alles blündern. Was? Was geht? Ah! Pass mal genau auf. Lebst du doch? Gut. Scheiße. Das sollte eigentlich einen Headshot geben. There you go. So, raus hier. Nichts wie raus hier. Da geht's lang. Sweet. Ok, ok. Ah, shit. Irgendwie der runter. Na, super. Oh, oh. Der Bunker macht's nicht mehr lang, oder? Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Was? Was war das denn? Bündleun. Komm, Junge. Weiter geht's. Oder was? Der hat nichts mehr gemerkt. Au, au, au. Ha, ha. Okay, haben sie sich verpisst jetzt. Great, dann nehme ich das wieder. Wow. Come on. Okay, den hat's zerlegt. Alles klar. Got it. So, nu. Wo geht's weiter? Da. Ah, la, 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 la. Raus hier. Faster. As fast as possible. Ja, der fliegt uns gleich um die Ohren, der geile Bunker hier. What, what? Alter. Oh, au. Da ist eine offene Tür. Wäre natürlich ganz nice, wenn man das sehen will. Uh. Der macht's nicht mehr lang. Komm, go, go. Faster. Der macht's nicht mehr. Nein! Sunshine! Hey. Ich bin vielleicht garibu das hier. Von anderen. Auch hier. Ich bin mit dem. Ich bin jetzt dir. Er ist immer noch mal der Hörger. Er ist immer noch mal der Hörger. Und da ist immer noch der Hörger. Die Hörger. Und da ist immer noch der Hörger. Und dabei ist immer noch der Hörger. Und da ist immer noch der Hörger.